Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dreamfall The Longest Journey. Letztes Mal ist ja viel abgegangen, wir haben alle drei Charaktere jetzt gespielt und jetzt sind wir wieder in Makuria mit April und ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Okay, dann gehen wir es mal an. Habak ist jetzt im Moment nicht da. Dann schauen wir uns mal um. Ah, ich bin jetzt rausgegangen, wie auch immer. Hm. Hm. Grin, du wirst nicht verstehen. Die Frau, Zoey, die für das Unmögliche. Ich habe die Welt geblendet, eine Jahrzehnte. Ich habe sie nicht zurückgekommen, und jetzt kann ich nicht. Auch wenn ich wollte. Es gibt andere Dinge, die zu antworten, andere Leute, die auf mich dependieren. Auf uns. Whatever es war, was sie für sie war, sie hat es zu finden, woanders zu finden. Ich glaube, es ist nicht unmöglich. Ich glaube nicht. Wenn du nicht riskiert hast, deine Leben zu retten, würde ich jetzt nicht sein. Ich würde nicht kämpeln auf deinem Seite, und ich würde viel mehr als Daddy walking around. You took a chance, when you killed those soldiers back then, and it paid off, didn't it? I'm alive, and I'm on your team. It was risky, but it was the right thing to do. It's not the same thing. This is our world. Whatever goes on in the other world, it doesn't concern us. I think you're wrong, but it doesn't matter what I think. I'm still just a kid to you, right? Brynn, Brynn! Wenn du wegläufst, schon. Ah, Brynn, 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 was soll das nur? I'll go alone. There may not be a curfew yet. But the soldiers will still notice two or three, where they would ignore one. That is true, and I need to speak with someone who can Okay. So what is it you sometimes say? Break a foot? Break a leg. But I like may the stars shine on you better, Na'ane. Okay, dann hauen wir mal ab. Wo ist das Output überhaupt? Das ist die große Frage. Ah, bei Ben Rime, okay. Hmm. Ben Rime has burned all the forbidden books, and she's bought a bunch of Azadi approved coins. No one reads those. True. Ben Rime. She's the one thing in my life that hasn't changed in the past decade. This is one of the few places left that looks exactly like it did before the Azadi came. Except for that modern beer tap. Tja. Dann hauen wir mal ab hier im Moment. Gucken wir uns mal um. Habak, nerv nicht rum bitte. Habak, hallo. Na ja. Jetzt sind wieder da die Haare. Jetzt sind sie wieder futsch. Na ja, wie auch immer. Okay, Blind Bob ist nicht hier. Sie war auch schon sehr spät. Können wir hier durchgehen jetzt? Scheint so. Mal schauen, was die Azadi sagen. Die uns durchlassen. Okay, sie lassen sich hier nicht durch. Schon mal gut zu wissen. Was ist hier? Was ist hier? Tja. Das ist natürlich dann blöd gelaufen. Okay. Dann gehen wir mal hier längs. Das Spiel wird gespeichert. Aber ich erinnere mich. Wir müssen da irgendwie hoch gucken. Wie auch immer. Ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Glaub ich halt, dass wir dort irgendwo hin müssen. Mal gucken. Weil ich wüsste jetzt im Moment sonst nicht, wo wir hin sollten. Ich glaube nicht, dass wir runter zum Markt müssen. Ich glaube, es stehen noch Leute. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich schaue einfach mal dort rüber. Okay, hier sind Azadi, Azadi. Okay. Ich gucke mal hier lang. Was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, dass der Typ in Hilfe schreit. Das wäre nicht so cool. Okay, wir müssen denn also... Außer Kraft nehmen. Okay. Wir müssen denn also außer Kraft nehmen. Okay, alles klar. Ich hoffe, der Kumpel ist nicht auf einmal ein zweiter von hinten, der mich auch angreift zur gleichen Zeit. Das wäre nämlich nicht so cool. Das wäre nicht so cool. Also erstmal wieder Ding rum. Ich hoffe hier... Der Kampf ist schneller vorbei, als es wieder aussieht. Nein! Hat das jemand gehört? Ich hoffe nicht. Nee, der steht noch da drüben. Okay. Gut. Dann haben wir erfolgreich die Kampfsituation überstanden. Und wir laden mal. Okay. Wir sind jetzt hier oben auf dem Turm. Hm, interessant. Was kann man hier sehen? The door is slightly ajar. If I do that, I'm sure to be noticed. Hm. Soll ich hier nicht sneaking am besten? Keine Ahnung, was ich hier tun soll, oder? Habe ich irgendwas mit dem Tando? Ähm. Wer ist das? Wer ist das? The Emissary seems to be obese. Almost afraid. How can that be? The Azadi women consider men to be inferior, don't they? Ah, dann no. Dann... Hören wir mal zu. The delays are out of my hands, Prophet. Oh. Rebel raids in the north have impeded deliveries of the necessary raw materials. And further reinforcements from Sidir are not... I'm sorry. I'm sorry. Of course. I understand perfectly. We will finish on time. We have taken on more workers. And we are making progress by the day. We will reclaim the time lost, Prophet. The tower will stand ready for the inauguration. I swear by the six that I shall not disappoint you. I shall not disappoint you. I shall not disappoint you. Sadir has sent an Apostle to take care of that particular problem. They say that he is one of the best. Though I have yet to meet him in person. He arrives soon. As you wish, Prophet, I will put my most trusted man to the task. Please, I... Yes. You have made that abundantly clear on several occasions. It will not come to that. I will not fail you. All will be as you have asked, Prophet. May the goddess bless your path, Prophet. Her light will wash across this world and cleanse it of evil. That was... strange. I should try and follow him. Find out who this mysterious person is. Maybe, yes. Maybe, yes. Maybe, yes. Maybe, yes. Maybe, you should do that, April. Alyssa, bring me my supper. I shall be dining in my office tonight. Hmmmmmm. Hmmmm. 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 Gut Frage. Gut Frage? Ja, gute Frage. Okay. Sind gespeichert. Das heißt, ich hau hier and worry it up. Ich schätze, der kommt jetzt da raus. zur Tür. Möglicherweise. Jep. Ja, dann folgen wir ihm mal, ne? Hm, würde ich mich auch interessieren. Können wir rennen? Nee. Nee, natürlich nicht. Das ist schon rennen. Naja, whatever. Und der Vorhang? Escape. Wachelt im Wind. Und ich... Wenn es nicht der... Kian ist, wer ist es dann? Gute Frage. Vielleicht können wir den verfolgen. Ah, geht ins Journey, man. What? What the fuck? Okay. Verrietest du mein eigenes Lager? Ha. Fangen wir mal. Ah, bug mein Gott. Was? Wo war der Mann in der Kloch? Wer? Der Mann, der gerade durch die Tür war. Er war mit einem Kloch. Ah, gute Frage, ich schaue mal nach unten. Wer weiß. Ah, hier ist er. Ah, okay. Ah, mittlerweile sind wir jetzt in Japan angelangt mit Zoe und wieder Szenenwechsel. Okay. Olivia? Ja, das ist mir. Oh, are you... News about Reza? What? You're breaking up Liv. Oh, okay. Oh, okay. 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 That's good. I should get going. Oh, and Olivia? Yes, sweetie. Thank you. I really appreciate the help. Don't be silly. Friend 2, I turned the world upside down to find him. I know. Thanks anyway. The connection is deteriorating, sweetie. I'll get back to work and ring you up as soon as I have something. Bye. Okay. Na dann. Na dann. Hey, hi. Hey, what do you have to do when I get to? Hmm. Hmm. Ja, natürlich nicht. Das wäre zu einfach. Ich brauche meine Mobilität, um die Maschine zu nutzen. Und die ist zu. Sehr schön. Erstmal mit den fremden Leuten sprechen. Das ist ein großes, verdammtes Gebäude. Oh, möglich. Das ist ein großes, verdammtes Gebäude. Wow. Okay, irgendwelche... Es ist leer. Die Schrauben automatisch insinuert ihre Konten alle 10 Minuten oder so. Hm. Hm. Ich sollte jetzt hier sein. Ähm. Sumimasen? Hä? Ah. Guminasai. Ich dachte, du war... jemand anderes. Ich entschuldige. Ah, Kontaktperson. Oh. 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 Wie so? Ich bin zu viel mit dem Arbeit. Ich habe nicht so vieles Aufmerksamkeit. Ich habe nicht so vieles Aufmerksamkeit wie sie es erhält. Ich habe nicht so vieles aufgerissen. Nein. Sie sind ungefähr im Weg. Und jetzt habe ich es wiederholst. Ich bin... Ich bin entspannt. Ich kann nicht... Ich muss weggehen. Aha, was haben wir jetzt hier drin? Ein Ticket. Teil aber mal. Oh, noch ein Ticket. Oder? Tatsache. Oh, interessant. Okay, noch jemand hier irgendwo? Oh. Hm. Mein Name ist Zoe. Was ist dein? Oh, ich bin Riko, Frau Zoe-san. Schön, dich zu treffen, Riko. Schön, dich zu treffen, auch. Du bist okay, Riko? Du bist nicht sehr glücklich. Hm? Oh. Well, mein großer Bruder Ren war zu sehen, während meine Großmutter und mein kleiner Bruder Hiro fiel im Museum. Aber dann Ren hat diese Frau, und er hat mich hier bei mir selbst. Jetzt Obasan und Hiro sind im Museum, und ich habe keine Ticket. Das ist nicht sehr schön von Ren. Er mag Frauen, mehr als er mich mag. Well, honey, das ist Menn für dich. Kannst du nicht nur deine Großmutter? Ich habe versucht, aber ich kann nicht durchlaufen. Und fragen wir mal, wie man zum Museum kommt. Hm? Oh, ja. Du musst die Kabelkarte fahren, aber du brauchst ein Ticket, um das zu tun. Wo kann ich ein Ticket kaufen? Das Ticketoffice ist am Sonntag geöffnet, und die Maschine ist gebrochen, damit du es nicht kannst. Oh. Was sage ich? Ticketoffice? Oh, okay. Es geht um den Kabelkarten, um den Canyon, um das Museum. Geht das? Das wird nicht funktionieren. Die Stücke fallen ab. Ah. Dann quatschen wir weiterhin Lockdown. Ah, den können wir auch anquatschen, okay. Ja. Ja. Das wird ja auch anquatschen. Hm. Hm. Keine Ahnung, warum ich in Afrika hier will, aber anscheinend ist es auch sehr modernisiert worden. Haha. Okay, der redet nicht mehr. Ich kann sie nochmal fragen. Hallo, Miss Zoe-san. Hallo, Rico. Hallo, Rico. Äh. Ich muss jetzt gehen, Rico. Oh, danke für mich mit mir, Miss Zoe-san. Vielleicht sehen Sie, Frau Frau. Okay, dann hilft sie uns auch im Moment nichts weiter, aber ich hab schon mal ein Ticket. Interessant. Ah, da steht jetzt jemand. Kann das? Hallo? Ist jemand da? Nein, natürlich nicht. Das wäre zu einfach. Aber ich kann mit ihr reden, oder? Hallo? So. Oh, das ist ein bisschen. Das ist so. Du hast ein bisschen weiter. Wozu si ihn? Oder? Ja. Oder? Nein, nein. Oder? Nein, nein, nein... Nein, nein, nein. gar nicht genau. Ein sage, jemand war mir nur... Sie waren wahrscheinlich schon da. Sie ist da, ja. Sie haben eine Dette mit deinem Freund nachzum, um zu melden. Wie warst du das? Er war hier für dich. Aber er hat ein wenig Zeit. Er hat. War er schrecklich? Hat er nichts gesagt? Er hat er glaubt, dass du nicht aufstehen und dass es alles für seine Schuld war. Oh nein! Ich versuchte, um hier in Zeit zu kommen, aber meine Trennung war auf. Ich versuchte, aber es war nur Static. Ich wollte ihn nicht machen. Ich versuchte das zu ihm. Es ist nicht jemandem's fault, dass du dich verletzt hast. Du bist richtig, aber er hat viel zu tun. Es hat wirklich seine Fähigkeit verletzt, und ich habe nicht genug unterstützt. Oh, ich sollte einen früheren Trennung haben. Hm, okay. Wenn du ihm erzählst, warum du so late bist, bin ich sicher, dass er nicht entschuldigt wird. Ich hoffe. Vielen Dank für die Wunschung. Ich habe wirklich keine Möglichkeit, um meine Gratitude zu zeigen. Aber vielleicht möchtest du mein Ticket in das Museum? Ich werde es nicht brauchen. Oh, das wäre toll. Ich versuchte einen, aber die Maschine ist aus der Ordnung, und die Ticket office ist geöffnet. Was für ein glücklicher Wunschung. Hier geht's. Und danke wieder. Okay. Heißt das, ich kann jetzt rüber ins Museum? Kann ich sie mitnehmen? Irgendwie? Okay. Jupp. Vielleicht kann ich ihr das Ticket geben? Nee. Auch nicht. Hm. Und dann werde ich nochmal... Oh, hallo, Miss Loicent. Hi, Rico. Okay, doch nicht. Kann ich nicht wieder reden. Schade. Ähm, okay. Aber warum haben wir das zerfetzte Ticket dann? Was brauchen wir das? Ah, Moment. Vielleicht kann ich ja das Ticket hin jetzt geben. Tja, ich dachte ich kann's jetzt. Naja. Naja, dann lassen wir sie halt da. Willkommen zu Wattipork. Inventors von Wattela, Wattela, Bunnybot, und die wichtigste und vorhandene Technologie der Welt. Bitte nehmen Sie einen Satz und stehe klar von den Körnchen. Wir werden kurz nachdenken. Wir werden kurz nachdenken. Wir gehen jetzt auf eine spannende Reise in den Herz von Wattipork und erleben die fantastische Geschichte hinter einer der größten Körperschaften der Welt. Von dem Wattipork-entertainment-system zu Wattela und beyond. Wattipork hat die Menschen mit Liebe, Glück, und Milliarden Stunden Stunden von Untertitel. Und in nur ein paar Monate, Wattipork wird eine Revolution in Home-entertainment mit dem most exciting new Produkt in our 200-Year-History, Projekt Altera. This is a great time to be part of our ever expanding happy family. The future of entertainment is Wattibright. Please ensure that you have all your belongings in view when you leave the car. Enjoy your visit to the Wattipork Museum. Hey, so do you have a name for me? The line's even worse than before, Liv. I can barely hear you. Hold on. Let me... There. I've switched us over to a classified eye channel. That should stabilise things quite a bit. Of course, the eyes agent software will also light up like a Christmas tree, so we need to be quick. Are you inside Wattipork yet? Working on it. Atta girl. So, the person you need to get in touch with is one Damien Kavanagh, with a C. And an A-U-G-H. And an A-V-A-N in the middle. Reza was in touch with Kavanagh through Ryo Kuruki, the dead girl in his apartment. Ryo and Damien work together. Okay. I remember Reza talking to Ryo on the phone when I last saw him. So Damien Kavanagh's the source. How do I find him? He's a resident of Wattipork City, but he's not currently on the wire. I believe Watticopps shielded. Mobiles won't work inside the main campus. If he's not on the wire, he must be at work. Either that or the static's messing things up. We'll have to bet on former, since I'm already heading into the lion's den. Where exactly does he work? I don't know. I could dig into the Watti data bank, but it might trigger some alarms. And we don't want to trigger any alarms, sweetie. I do know that Ryo Kuruki worked as a systems analyst in biotech, and that Kavanagh's in software. I'll keep digging. And I'll send you a message if I find any more info on the guys. We should stick to just messages from now on. Okay. His connection is too risky. And the static's interfering with everything else. Okay. I will find him. I have to find him. True. Good luck, sweetie. And be kept... Shit. Agents have locked on. Got to run. Liv? Olivia? I hope she's okay. We will find you, too. Okay. Okay. Dann, dann, dann. Schau ich nächste Episode da rein, würde ich sagen. Wie immer, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dorthin. Spielt schon brav weiter.